moin leute willkommen zur nächsten folge stationärs ja ja leute in der letzten folge haben wir die rakete final geentstackt ja und in dieser folge möchten wir dass wir so weit kommen dass die silos schon befüllt werden ich habe jetzt über einen stegger zwischengesetzt wie in den kommentaren auch noch mal hingewiesen und das macht mich jetzt immer sehr glücklich dass das nicht in die hose geht man könnte das auch mit einer einzelnen batch befehl easy peasy lemon squeezy machen ich bin wieder am nachdenken so ein bisschen unser nordzyktonik will oder sagt er steuert alles über eine busleitung was er grundsätzlich richtig ist und ja das geht mit dem neuen netzwerk patch kann man alles in eben netzwerk lassen man braucht das jetzt nicht mehr zwangsweise trennen mit trafos und hast nicht gesehen daher glaube ich erstmal grundsätzlich dass es möglich ist und ja dass uns da noch echt positive dinge überraschen werden so was fehlt euch denn hier kleinen schlingel ach man ich brauche ein werkzeug fünf kabelkeulen also zehn habe ich doch da das war es denn wenn es weiter nichts ist das war es denn gut reisen jetzt müssen wir erst mal gucken das war das auch alles ein bisschen beschriften reisen st eisen meine presse ist die guckbar st gold eigentlich gar nicht wir nehmen es o eisen das o kupfer das o gold das o geridium von eisen dann ist das zielo kupfer und das zielo gold 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 rilidium rilidium das o zielo blei und das o das o warte mal schmelzbare zielo zielo silo 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 weil ich das denn besser schreiben kann das ist einfach so das o kobald oder wie unsere außenministerin sagen würde kobold silo 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 so wir haben alles angeschlossen jetzt müssen wir erst mal mit dem computer die ganzen dinge einstellen die ganzen sorg und dann kann das eigentlich erst mal losgehen das wird wird wieder haben abarbeiten so sehe ich das gerne so sehe ich das doch gerne so meinetwegen so so was soll das hier sein war klar war ja sowas von oberklar aber ist mir auch völlig brennig nicht die 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 Oh. Off of the heavy. Junge, lass mich los. Eigentlich muss ich das hier mitnehmen. So, und dann kann die Rakete schon mal ein bisschen arbeiten für mich. Dass noch nichts passiert ist, dass ich mit so einer Holzhammer-Methode hier fahren gehe und ich mich noch nicht komplett in Luft aufgelöst habe. Das ist ja echt ein Ding. Das ist ja echt auch ein Ding. Aber gut, warum muss ich beschweren? Nur ein bisschen Koppel. Sieht erst mal so aus. Das reicht mir dann auch. So. Das bedeutet eigentlich nichts Gutes. Pollution? 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 Mal kurz die Frage. Was kostet eigentlich... Kosten heavy filter? Delight. Kann ich still light irgendwie schmelzen? Im Eivorgang. Silver, check. Silicon weiß ich nicht. Cobalt, check. Das kann ich nicht mehr leisten. Dann machen wir doch eben still light, würde ich sagen. Dann machen wir was. Das kann ich nicht mehr so aussehen. Das kann ich nicht mehr so aussehen. So. 2 Wo ist die Tür? so wie sieht es mit der luft aus 20 prozent sauerstoff long so da haben wir wieder ein bisschen die kupfer ähm ja ah ja war er tatsächlich rota motorbord und wieder silber und wieder Zuh. 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 Wer schnieft hier wie, warum? Ich habe nichts zu trinken. Ich bin ein kleiner nicht zu trinken, aber... Sieh mal zu. So. 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 Hey. So. 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 Featureous? So. und Eisen und es möchte ich sagen Oh man China, ISIS da muss ich ja viermal jetzt dahin aber da gucken wir uns den erst an genau der geht runter und der geht hoch und rüber alles klar Eisen 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 Ice Volatiles und Ice Water Gut Ja, damit sollte das jetzt funktionieren zumindest er hier Hmm Hmm Okay Gut Edit Zitpatch Zitpatch Zotan Zotan On One Habe ich die nicht angeschlossen? Hmm Okay 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 Zitpatch 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 Wir müssen ja aufhören, denn der schriedert, der schriedert ja nicht. So. Und Zb zb. Rire. Kattus. Fire. Wire. Angel. Andrew. Andrew. So. Oxygen critical. Oxygen critical. So. Perfekt. Perfekt. So. Dann haben wir das schonmal. Dann müssen wir. Ja. Irgendwie. Gase. Sammeln. In einem großen Tank. Würde ich sagen. In einem Big Big Tank. Böbö. Big Big Tank. Böbö. Big 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 So. Aber solange der hier aus ist, passiert ja nichts. Die hat das erstmal irgendwo angeschlossen. Nicht warm. Gut. Dann können wir den jetzt erstmal durchsortieren lassen. Die 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 die. So hopp. Ich schluck trinken. Dann können wir ihn hier wieder arbeiten lassen. entreten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist die frage die ich mir stelle warum lief der stadt da immer nicht läuft doch alles das ist die frage die frage die frage ich bin ja so gespannt das sagt aber jetzt nicht läuft ist ja völlig klar ich müsste das takt einmal laufen er muss doch irgendwo rauskriegen während er meinen modus sprich hier wo kriegt er mit wo ist denn hier der der stadt der ziel wo sind hier der ziel selbst gedöhnt warum macht er nicht da immer wenn sich verändert er macht die abfrage und dann guckt er eine eine die Genau, jetzt ist er stuck, aber wie gesagt, das mit dem Reset, das muss halt on point kommen. Das mit dem Yield, das ist noch zu funkt. Genau, jetzt läuft es perfekt. Der Timer wird halt immer zurückgesetzt, wenn eine Differenz da ist. Immer wenn eine Differenz da ist. Perfekt. Perfekt. Muss ich ja wirklich mal sagen. So, hoffentlich läuft es jetzt auch. Was ist hier mit euch eigentlich los? So. So. Wollen wir mal eine Pille schlucken? Ja, ne? Wo ist denn hier diese Olde Table zum Pillen-Schluck-Herstell-Fuchs-Ding-Automatik? Hier. 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 So, So. Huge. Es ist halt so geil mit dem Stuck-Timer, ne? Es ist so geil. Es ist immer Bewegung jetzt, ne? Mit dem Stuck-Teamer. So. Jetzt müssen wir folgendes machen. Wir brauchen eine Big Big Tank. Eine Big Big Tank. Eine Big 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 Big. Big Big Tank. Tank. Da-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah So. So, Kit Tank Insulated. So. Insulated. Tank Big Insulated. 5 tank insulated so sagt der tacho sagt wir haben unsere sachen erfüllt das sagt der tacho auf jeden fall wir haben richtig geil abgeliefert das haben wir hier brauchen wir du 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 So, dann kloppen wir da mal einen Gigatank hin, der sich gewaschen hat. So, dann haben wir erstmal einen Sammeltank, und diesen Sammeltank den bearbeiten wir. Aber erstmal muss das Eis ja irgendwo hingeschreddert werden. Das Eis muss erstmal irgendwo hingeschreddert werden. So, jetzt habe ich schon wieder das Ding vergessen. Also Leute, wir machen jetzt in der nächsten Folge weiter mit der Eis-Nachbearbeitung, dass das Eis schon mal weggeschreddert wird. Und dann, Freunde, ja, dann geht es ein bisschen ans Eingemachte. Wir haben die Portionierung, die haben wir ja schon finalisiert. Wir haben die Rakete, die manuell schon startet. Wir brauchen jetzt dann die Phenets, müssen wir bauen, die den ganzen Bums schmelzen sollen in der Art und Weise. Und dann brauchen wir lediglich nur noch einen Vergleicher, der denn Material anfordert. Ja, und dann haben wir es schon. Also, dauert jetzt auch nicht mehr ewig. Seid ihr gespannt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi! 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 Tschüssi!